Bist du so eine Art Energiefreiheitskämpfer? Nein, Mr. Gecko, ich spiele das Spiel, um Geld zu machen, wie jeder andere. Wie ist das mit dem Geld, Jake? Magst du sie? Ob ich sie... ich... ich hab Geld noch nie als eine sie betrachtet. Ohu. Sie liegt nachts im Bett mit dir. Sieh dich an, ein Auge immer offen. Geld ist eine Hure, die niemals schläft. Und sie ist eifersüchtig. Wenn du nicht sehr, sehr gut auf sie achtest, wirst du eines Morgens aufwachen und sie ist für immer verschwunden. Ich glaube, du bist wütender, als du denkst und siehst das Ganze mehr als Familienangelegenheit. Inwiefern? Du willst Drache. Nur bin ich nicht mehr im Geschäft, denn im Gefängnis habe ich eins gelernt, nämlich das Geld im Leben nicht das höchste Gut ist, sondern Zeit. Und deine Zeit ist gleich abgelaufen. Weißt du, im Moment könnte man ein Vermögen machen. Mehrere hundert Millionen Dollar, wenn man gegen diese Blase wendet. Ich bräuchte nur eine Million.